Herzlich Willkommen zu Sport und Abenteuer. Bei diesem Video dreht sich alles um das Thema Fernglast-Tests. Um euch viel Zeit und Arbeit zu ersparen, haben wir uns für euch im Internet mal auf die Suche gemacht, um nach passenden und adäquaten Fernglast-Tests zu recherchieren. Natürlich haben wir uns auf den renommierten Verbraucherportalen umgeschaut, die in der Praxis auch schon Fernglast-Tests durchgeführt haben. Gestoßen sind wir dabei auf Stiftung Warentest, Konsument aus Österreich, SRF Kassensturz aus der Schweiz und Karte aus der Schweiz. Ganz wichtige Information vorab. Es handelt sich hierbei teilweise um ältere oder schon sehr alte Tests, die meistens gar nicht mehr die Produkte aktuell da haben oder wo sich die Produkte auch schon in sich wieder verändert haben. Wir hoffen aber an der Stelle, dass die Verbraucherportale ihre Testreihen bald wieder aktualisieren. Aktuelle und richtig neuwertige Testergebnisse sind oftmals kostenpflichtig, im Kosten ein Abo oder eine Einmalgebühr. Dennoch wollen wir euch unsere Testergebnisse direkt mal präsentieren. Stiftung Warentest hat im Jahr 2019 getestet. Dabei wurden 17 Ferngäser getestet, geprüft wurden Abbildung, Okular, Lichtdurchlässigkeit, Seefell und Handhabung. Die Ergebnisse kosten allerdings eine einmalige Gebühr. SRF Kassensturz hat im Jahr 2014 getestet. Hier wurden sieben Ferngäser geprüft. Getestet wurden Auflösung, Helligkeit, Parallelität der Achsen. Diese Ergebnisse sind kostenfrei. Konsument hat im Jahr 2006 getestet. Hier wurden 17 Ferngäser getestet, Handhabung, optische Eigenschaften, Haltbarkeit und die Schachtstoffe. Auch diese Ergebnisse sind kostenfrei. Und KTIP aus der Schweiz hat im Jahr 2019 getestet. Hier haben wir allerdings keine Informationen, wie viele Geräte geprüft wurden und was genau geprüft wurden. Die Ergebnisse selbst kosten eine einmalige Abogebühr. Unterhalb des Videos findet ihr einen Link mit allen kostenfreien Testergebnissen. Also schaut mal rein und schaut es euch an. Außerdem findet ihr einen Link, wo wir nach unserer Meinung, nach unserem Empfinden euch nochmal gute Ferngläser präsentieren. Und im dritten Link findet ihr noch Informationen und einen Produktvergleich von Ferngläsern mit den Faktoren Kundenbewertung und Händlereigenschaften und Händlerempfehlungen. Also schaut auch da mal rein. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auf unserem YouTube-Kanal besucht unter Sport und Abenteuer. Abonniert uns und schaut euch noch viele weitere interessante Testvideos an. Kaufratgeber, Produktinformation, alles um das Thema Sport und Abenteuer. Und jetzt viel Spaß beim Reinschauen. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.